Ein internationaler Austausch ist sehr wichtig für die Kinder. Wir sind ein Zusammenschluss aus jungen Leuten, die sich ein Ziel gesetzt haben und zwar junge Menschen im Sport zu motivieren und sich ehrenamtlich zu engagieren. Wir haben angefangen mit den deutschen Mädchen und die deutschen Leute. Sie waren alle so süß und lieblich und alle waren so nett. Es war eine lange Zeit, hier zu kommen und es wird sicherlich sein, wenn wir zurückgehen. Aber es war unglaublich. Man kann so viele Freundschaften machen, so viele neue Dinge probieren. Also das ist immer cool. Das kann man nicht anders beschreiben. Das ist super cool. Bei der internationalen Jugendarbeit geht es um Toleranz, um Völkerverständigung und Menschen aus verschiedenen Ländern, die vernetzlosig, die bilden Freundschaften. Ich würde auf jeden Fall nochmal mitmachen und ich würde es auch jedem empfehlen, hier nochmal dabei zu sein.